Die Cannabis-Legalisierung ist kaum einen Monat alt, schon will die Regierung das Gesetz wieder verschärfen. Wir schauen uns mal an, was da wieder auf euch zurollt, warum jetzt schon wieder was geändert werden soll und wir klären die wichtigsten Fragen. Vor allen Dingen dürft ihr jetzt auch mal auf der Arbeit einen Joint durchziehen und ich habe gute Neuigkeiten für alle, denen wegen Cannabis am Steuer oder zu viel THC im Blut eine MPU droht. Da gibt es also auch ein neues Gesetz, was in Kraft getreten ist, das ihr unbedingt kennen solltet, was aber viele Gerichte selbst noch nicht kennen. Also passt gut auf. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und ich danke euch für eine Million Abonnenten. Eine Million Leutchen haben schon diesen kleinen Abonnieren-Knopf unter dem Video gedrückt. Dafür herzlichen Dank. Der Spiegel sagt, das Cannabis-Gesetz, das soll schon wieder verschärft werden. Diesmal geht es darum, dass man die Regeln für die Social Clubs, die es ja noch gar nicht gibt, schon anpassen möchte. Zunächst mal wird gesagt, dass hier die Bayern da ganz vorne sind. Das hatte ich ja schon in dem letzten Video gesagt, dass die Bayern hohe Bußgelder verhängen. Und jetzt geht es darum, dass man sicherstellen möchte, dass nicht mehrere Anbauvereinigungen Anbauflächen am selben Ort oder im selben Objekt haben. Also es soll nicht irgendwie ein Hochhaus geben mit zehn Anbauvereinigungen. Außerdem soll noch deutlicher ins Gesetz reinkommen, dass Mitglieder einer Anbauvereinigung, also eines Social Clubs, nicht nur Mitglied sein müssen und dann da legal Gras und Dope einkaufen können. Nein, sie müssen mithelfen, wie die Regierung das sicherstellen will. Ich bin sehr gespannt. Wir werden das hier auf alle Fälle beobachten. Keine Ahnung, ob es da Kontrollen gibt, wer hat wie viel gegossen oder die Pflanzen geschnitten oder die Blüten entsprechend abgeschnitten. Keine Ahnung. Aber es soll ins Gesetz, dass man eben mehr tun soll, damit das Zeug wächst. Und dann erst darf man auch da einkaufen. In dem Fall soll es nicht so sein, dass man da in den Social Clubs wie in der Shoppingmeile sich die einzelnen Cannabis-Sorten aussuchen kann. Außerdem, was soll auch verschärft werden? Die Behörden sollen mehr Freiheit bei Kontrollen bekommen und einen größeren Ermessensspielraum. Es wird natürlich Herrn Söder in Bayern sehr gut gefallen, wenn sein Ermessensspielraum erweitert wird. Ich habe ja im letzten Video gesagt, dass das, was Söder da mit seinen Bußgeldern macht, zu hart ist. Auch diese 100-Meter-Linie rund um Spielplätze, in denen nicht gekifft werden kann in Bayern, ist illegal. In meinen Augen jedenfalls habe ich was zugesagt. Aber jetzt soll der Ermessensspielraum für die Behörden erhöht werden. Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der hatte ja ohnehin alleine, um das Cannabis-Gesetz durchzubekommen, noch eine sogenannte Protokollerklärung abgegeben. Die zeige ich euch hier nochmal. Das war sowas wie eine Seitennotiz, damit bloß das ganze Gesetz nicht in den Vermittlungsausschuss kommt. Und unter Punkt 4 des Gesetzes, scrollen wir mal kurz hin, hatte er schon gesagt, dass es Konkretisierungen bei Anbauvereinigungen geben soll. Und diese Konkretisierungen sind es offenbar. Er hat also versprochen, dass das noch kommt bis zum 1. Juli. Und tatsächlich wollen die Politiker jetzt die Anbauvereinigungen nochmal einen Tacken verschärfen, beziehungsweise das verschärfen, was man erfüllen muss, wenn man eine Anbauvereinigung entsprechend gründen will. Ja, das dürfte spannend werden. Ist noch ein bisschen was hin bis zum 1. Juli. Und solange es die Anbauvereinigung noch nicht gibt, bleibt euch nichts anderes übrig, als selbst anzubauen. Das ist aber nicht ganz so easy. Aber der eine und andere hat damit vielleicht schon begonnen. Apropos Homefarming, liebe Leute. Was passt da besser als unser heutiger Werbepartner? Ich habe diesen Werbepartner schon mal zum Start der Legalisierung vorgestellt. Das ist Urban Hive, ein super sympathisches, junges Start-up aus Münster. Das Team seht ihr hier. Die haben sich darauf spezialisiert, dass ihr in eurer Küche mit einer Mini-Farm oder einer Home-Farm eben Salate, Kräuter, Tomaten oder Chili anbauen könnt. Also auch noch extrem stylisch das ganze Teil. Ihr könnt es euch an die Wand hängen oder aufstellen. Und wir selbst hatten ja schon mal mit Urban Hive als Juristen zu tun. Da haben wir ein umfangreiches Gutachten für Urban Hive gemacht. Ein Rechtsgutachten zum Cannabis-Anbau und zum Verkauf von Samen. Das Interessante ist, das kann ich euch bei einer anderen Stelle nochmal erklären, dass ich von Urban Hive dann entsprechend so eine Farm geschickt bekommen habe. Und seht mal, ich bin der Letzte, der einen grünen Daumen hat. Aber das ist bei mir rausgekommen. Also ich habe jetzt erstmal mit drei Salaten begonnen. Und ich finde, mein Ergebnis, das kann sich das schon ganz gut sehen lassen, oder? Also da oben hat man so LEDs drin, die beleuchten das. Die schatten jetzt hier so ein bisschen das Kamerabild. Aber man sieht schon, dass das Erfolge hat. Und ehrlicherweise, wenn ihr meine Frau fragt, ich habe gar keine Ahnung vom Anbau von irgendwelchen Salaten oder eben, wie ihr hier seht, bei so einer Mini-Farm Chilis bzw. Tomaten, was da alles sonst noch so wachsen kann. Also schicker, smarter Indoor-Garten. Fünf Pflanzen gehen da rein. Und das Ganze ist natürlich App-gesteuert. Ohne grünen Daumen könnt ihr da gute Erfolge erzielen. In meinen Augen ist das Anbau im Jahr 2024. 24, 10 Euro Rabatt, wenn ihr mit diesem Gutscheincode euch so eine Mini-Farm kaufen wollt. Entweder wir in QR-Code gehen oder den Link in der Caption. Es gibt auch noch Experimentierkapseln auf der Seite. Ganze Sets von Experimentierkapseln finde ich auch ganz interessant. Wer einfach mal loslegen will, der findet diese Kapseln hier. Und da kann man dann Samen reinpacken, wo man selber Spaß dran hat und guckt, ob das wächst oder nicht wächst. In der Regel wachsen die Sachen sehr, sehr gut. Und ich werde hier auf diesem Kanal natürlich auch weiter darüber berichten, wie da meine Pflänzchen hier so klappen. Also herzlichen Dank an unseren heutigen Werbepartner. Dann noch eine Frage, die viele, viele von euch mir gestellt haben. Da geht es ums Kiffen im Job. Könnte das möglich sein? In Bayern gibt es ja den einen oder anderen, der ein Bierchen während der Arbeit trinkt. Aber kann ich auch so mal eben einen Joint durchziehen, während ich auf Arbeit bin? Naja, das kommt drauf an. Denn wichtig, und das ist die oberste Regel, ist, dass eure Arbeitsleistung nicht beeinträchtigt werden darf. Das heißt, dass es Jobs gibt, in denen kiffen absolut tabu. Das ist beispielsweise, ihr seid Piloten. Da ist es besonders wichtig, dass ihr die Maschine sicher in die Luft und wieder runterbringt und in der Luft haltet. Und da gibt es also klare Regelungen. Es kann Jobs geben, wo das eben nicht so relevant ist. Da müsste man dann mal in die Betriebsvereinbarungen schauen. Eventuell gibt es da irgendwelche Regelungen. Oft steht in den Betriebsvereinbarungen drin, es sind keine illegalen Drogen erlaubt. Ja, Cannabis ist natürlich jetzt keine illegale Droge mehr. Da muss dann möglicherweise die Betriebsvereinbarung wieder angepasst werden, wenn sie denn veraltet ist. Ich habe auch ins Cannabis-Gesetz geschaut, ob da irgendwas zum Kiffen und Job drinsteht. Ja, also das Gesetz hier ist mittlerweile im Internet abrufbar. Umgang mit Cannabis sagen, Konsumverbot, Suchtprävention. Also das sind ganz viele Sachen. Ich kann es euch aber in kurz sagen. Das ist ein Riesending geworden, dieses Gesetz. Ich kann es euch sagen. Letztlich ist es hier so, dass dort keine Regelungen getroffen worden sind zu Cannabis im Job. Keinerlei Normen, die man dort sieht. Also die Frage, wenn das jetzt nicht in eurer Betriebsvereinbarung steht, dürft ihr dann einfach loskiffen im Job und euch auf Arbeit zudröhnen. Nee, ein Freifahrtschein ist das Ganze natürlich nicht. Ihr dürft euch natürlich im Betrieb nicht in einen Zustand versetzen, der die ordnungsgemäße Erfüllung der Arbeitsleistung stört. Also ganz wichtig, da bitte schön drauf aufpassen. Und im Übrigen, ihr müsst auch schauen, was für einen Job ihr habt. Bei Beamten kann es schwierig sein. Bei Soldaten gibt es auch Ausschlusskriterien komplett für Drogen. Also insofern da bitte von Job zu Job gucken, selbst wenn Cannabis legal ist. Problematisch wird es sicherlich, wenn ihr am Wochenende kifft und dann noch irgendwelche Rest-THC-Gehalt bei euch im Blut isst. Weitere Frage, die von euch kam, war, darf ich Cannabis im Flugzeug mitführen? Lieblingsantwort von uns Juristen, es kommt drauf an. Nehmen wir mal Mallorca zum Beispiel. Super Strände der Insel, die sind super Orte, wo man vielleicht mal einen durchziehen kann. Oder im Bierkönig will man kiffen oder bei einer Tennisstunde in der Rafael Nadal Academy vielleicht noch ein Joint sich genießen. Aber auch wenn für viele Mallorca das 17. Bundesland ist, es ist natürlich kein Teil von Deutschland. Und man muss sagen, in Spanien ist Cannabis illegal. Und das heißt, ihr müsstet erst mal Cannabis ausführen aus Deutschland und entsprechend nach Spanien bringen. Und dann schauen wir mal ins Cannabis-Gesetz rein. Nummer 5, Paragraf 2 Absatz 1 Nummer 5 sagt, es ist verboten, Cannabis einzuführen oder auszuführen. Also da ist das Gesetz recht eindeutig. Mal eben in Flieger steigen, Mallorca ein bisschen Ott mitnehmen. Das ist so nicht möglich. Aber es sieht relativ entspannt aus für Inlandsflüge. Bei Inlandsflügen ist es ja nicht so, dass ihr Cannabis ausführt aus Deutschland. Ihr bleibt in Deutschland. Das heißt, wenn ihr von Frankfurt nach Berlin fliegt, wobei vielleicht fährt man auch besser mit der Bahn. Aber sei es drum, ihr fliegt mal mit dem Flugzeug, dann ist das tatsächlich möglich. Und ihr könnt entsprechend da bis zu 25 Gramm mitnehmen. Da gab es auch die ersten Recherchen von Journalisten und die haben unter anderem mit Politikern und mit Bundespolizisten gesprochen. Die sind sich da einer Meinung. Insofern gilt da für Cannabis nichts anderes als bei einer Zugreise. Übrigens, wenn ihr mal in der Vergangenheit mit Cannabis erwischt worden seid und jetzt im Bundeszentralregister steht, da gibt es jetzt die Möglichkeit, diese Strafen wieder löschen zu lassen. Auch wenn da gerade noch ein aktuelles Verfahren läuft, schaut mal unten in der Caption. Wir können euch da helfen und wir können euch besonders helfen, wenn es um Cannabis im Straßenverkehr geht. Da hat sich nämlich einiges getan. Beim Verkehrsrecht habt ihr vielleicht noch im Kopf die alte Grenze von 1,0 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum. So. Manche denken auch, die ist jetzt angehoben worden auf 3,5 Nanogramm. Aber nee, die ist noch längst nicht angehoben worden. Es gilt immer noch die alte Grenze. Das heißt, wenn ihr am Wochenende gekifft habt und ihr werdet angehalten, habt ihr möglicherweise zu viel THC im Blut. Zum Glück tut sich da gerade viel und deswegen gibt es einen juristischen Kniff. Habt ihr noch ein laufendes Verfahren, also irgendein Verfahren, was noch nicht abgeschlossen ist und ihr hattet zwischen 1,0 und 3,5 Nanogramm THC im Blut, dann kann es sich aktuell sehr lohnen, dagegen erst einmal Einspruch einzulegen. Denn durch den Einspruch zögert man das Verfahren so lange hinaus, bis es vielleicht jetzt die aktuell geplante höhere Grenze von 3,5 Nanogramm gibt und dann seid ihr fein raus. Und ebenfalls ganz interessante Neuerung, wenn ihr über 1,0 Nanogramm im Blut hattet, dann müsst ihr aktuell zum Glück in der Regel nur noch mit einem Bußgeld rechnen und nicht mehr mit einer MPU. Früher war es so, die MPU drohte, weil man gesagt hat, ja, bei Verdacht auf gelegentlichen oder regelmäßigen Konsum muss eine MPU gemacht werden. Das ist natürlich völliger Quatsch, wenn man jetzt Cannabis offiziell kiffen darf, kann ja nicht immer eine MPU angeordnet werden beim Verdacht auf regelmäßigen oder gelegentlichen Konsum, denn der ist ja geradezu erlaubt. Und deswegen ist die Fahrerlaubnisverordnung geändert worden und da gibt es § 13a Erklärung von Eignungszweifeln bei Cannabis Problematik, also eine komische Überschrift. Aber dieser 13a Fahrerlaubnisverordnung, der kann für euch sehr, sehr wichtig sein. Erstens, weil jetzt wie gerade erläutert, die Anordnung der MPU sehr erschwert worden ist. Die gibt es nur noch in vier Fällen, dieses medizinisch-psychologische Gutachten, die seht ihr hier, ABCD. Jetzt reicht ein gelegentlicher Konsum nicht mehr, sondern nur noch bei Cannabis Missbrauch. Also ihr müsst Cannabis Missbrauch haben, das ist vorteilhaft, weil die meisten missbrauchen es nicht. Bei gelegentlichem Konsum wird man nicht vom Missbrauch sprechen können. Dann gibt es eine MPU, wenn ihr öfter im Straßenverkehr mit Cannabis unterwegs wart. Und dann wird auch interessant sein, bei Missbrauch, was deutet denn auf so einen Missbrauch hin? Da gibt es sogenannte Langzeitmesswerte im Blut und da gehe ich davon aus, dass die aktuellen Langzeitmesswerte auch noch angehoben werden. Dass man sagt, Missbrauch erst, wenn die Langzeitmesswerte über den und den Levels liegen, bin ich also auch sehr, sehr gespannt, was sich da noch tun wird. Ein ärztliches Gutachten kann auch nur noch angeordnet werden, wenn die Vermutung einer Abhängigkeit vorliegt. Und dieser neue 13a Fahrerlaubnisverordnung, der gilt übrigens nicht nur für zukünftige Verstöße, sondern auch für laufende Verfahren. Also da solltet ihr prüfen, ob eine Einstellung des Verfahrens möglich ist. Also seid ihr einmalig erwischt worden, seid ihr nicht abhängig und habt ihr Cannabis auch nicht missbraucht, dann habt ihr ehrlicherweise gute Erfolgschancen. Und wenn die Fahrerlaubnis schon entzogen worden ist und ihr Widerspruch eingelegt habt, dann muss das die Behörde berücksichtigen. Wenn sie es nicht tut, ihr wisst, wo ihr uns findet, also unten auch Formular ausfüllen, können wir euch auch behilflich sein. Und dann bin ich noch auf ein Angebot gestoßen, was ich wirklich skurril fand auf Instagram. Und ihr habt uns den Beitrag geschickt, gibt es die Firma Bifox. Und die macht dafür Werbung, dass man sein Urin reinigt, um beim nächsten Brokkoli-Test nicht erwischt zu werden. Dann schauen wir uns das mal an. Also hier seht ihr Bifox. Ja, da sieht man, es steht ein Brokkoli-Test an. Ich habe Brokkoli gesnippt, Dope, Bro. Ich habe gehört, das ist wirklich völlig irre eigentlich, so ein bisschen, ja, mit Bifox, dem 100% Urin-Cleaner. Ja, da haben uns jetzt einige gefragt, kann das denn wirklich sein, dass das legal sein soll? Also zunächst mal habe ich mich gefragt, kann das denn wirklich sein, dass das funktionieren soll? Habe ich jetzt nichts zu gefunden und fragte mich, ist das Comedy oder nicht? Sei erst mal dahingestellt, ist ja ganz lustig gemacht, aber sagen wir mal, es würde funktionieren. Dann die Frage, kann sowas legal sein? Ihr reinigt euer Urin. Brokkoli ist ja das Code-Wort für Cannabis, ja. Und dann könnt ihr quasi da nicht mehr erwischt werden? Tja, also es gibt jetzt keine behördlichen Verbote für diesen Urinreiniger. Und tatsächlich ist es so, nach dem Grundgesetz müsst ihr euch nicht selbst belasten. Also keiner muss sich selbst belasten oder Beweise gegen sich selbst liefern, die dann zu einer Verurteilung führen könnten. Insofern, meiner Einschätzung nach, ist die Nutzung solcher Reiniger straffrei. Der Staat muss euch nachweisen, dass ihr zu viel gekifft habt. Und das wird normalerweise natürlich über einen Urin-Test gemacht. Aber Leute, seid bitte vorsichtig. Ihr habt mich das gefragt. Ich sage euch was dazu, ob das wirklich hier eine Lösung ist. Ich wage das mal zu bezweifeln. Aber vielleicht hat da jemand Erfahrung mit. Schreibt es mal unten in die Comments. Also, was ihr seht, es tut sich sehr, sehr viel in Sachen Legalisierung. Wir werden da auch in Zukunft noch häufiger darüber berichten. Ich habe letztens schon über die starken Strafen in Bayern berichtet. Wer das nochmal sehen will, schaut sich das nochmal an. Wir halten Auge auf allen weiteren Normen, die da kommen. Ich danke euch an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke, dass ihr heute meine Gäste wart. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis dahin. Wir sehen uns vor, schreibt es uns vor. Wir sehen uns vor, schreibt es uns vor. Und wir sehen uns vor, schreibt es uns vor, schreibt es uns vor.